Balcony TV Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen, leider schon wieder verregneten Folge von Balcony TV. Schön, dass ihr trotzdem da seid, um mich herum. Beim Unicorns aus Frankfurt. Hi. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Klar, sehr gerne. Mit dem Wetter, das üben wir noch mal so ein bisschen. Ihr habt nämlich auch, du hattest extra angerufen und gefragt, sag mal wie viel Platz ist so auf eurem Balkon. Ach, genügend. Aber unterm Schirm wird es dann schon enger. Das wird schon enger, tatsächlich. Ihr habt aber auch ein bisschen hier was mitgebracht, ne? Equipment-mäßig. So ganz akustisch dann nicht? Ne, nicht ganz, aber so wie soweit es geht. Was spielt ihr denn für uns? Wir bringen euch Harm mit. Es ist ein Song von unserer kommenden Phase, die wir wahrscheinlich dann im Januar, wie gehen wir dann im Januar raus wollen. Harm. Harm. Genau. Sorry. Sag mal, Lars, muss ich ihn noch mal sauber machen? Auch für alle Fälle. So, noch einmal hier. Damit man euch auch alle hervorragend seht, ungeklagen. Heim, legt los. Viel Spaß. Tschüss. I never do you no harm. I never do you no harm. If you like to be a part, take a step at it. Skinny chasing hearts make you run with it. I may be skinny every time, but I'm fast around. I'm passing down, am I right, baby? We'll listen to this condition, ladies. Sit in this position, baby. Listen to the smokey kisses, yeah, you're fitting. If you like to be a part, take a step on. I'm like, can I do that? I'm missing. Up up. I'm missing. I'm missing. I'm missing. I'm missing. I'm missing. I'm missing. Crawling up, crawling, because I'm still holding up I'm addicted of playing around in the middle of the fight baby breaking it down Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was jetzt putzen, was für ein wunderschöner Song Warte mal, suche jetzt einfach die Kamera Ich hatte auch immer, Lars, Angst um dich, weil da genau so an dem Schirm ein Rinsal herunterronn Seid ihr alle noch wohl auf? Wir sind alle Die Hände gehen halt Gleich gibt es erstmal einen Tee Ja, wunderschön Cool Ihr spielt normalerweise aber mit noch ein bisschen mehr Wumms Genau Normalerweise in Vollbesetzung mit noch ein paar schicken M's Noch ein paar schicken M's, warum? Der Kleine ist ja auch schon mal Der taugt eigentlich auch schon ganz gut ist Außerdem ist es schon ein fast Erbstück mit acht Jahren irgendwie bekommen Ja, also der erste M quasi jetzt nochmal ausgegraben Mit Namen drauf Sehr gut Herrlich, ja, vielen Dank für euren Besuch Vielen Dank Und du hast auch ein bisschen mehr in die Arschkarte gezogen Na ja, also schön, dass ihr da war Bis zum nächsten Mal Bis dann, tschüss Ciao 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 Back in ETV Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal